Hallo, ich bin Thailand Zeiger. Ob sie gegen Karolis im Rückkampf um die WM. Und diesmal schlagen. Ich bin eigentlich relativ gut in den Kampf reingekommen. Ich hab dann nochmal mit Jürgen gesprochen und Conny und ich hab zu wenig geschlagen, zu wenig Führungshand. Ich hatte mehr drauf. Ich hatte hinten draußen noch viel zu viel Power. Konditionell war ich super drauf und muss ich mehr an die Grenzen gehen. Ich gloria's, ich gloria's. Okay, ob jetzt weh tut. Ich gloria's. Kämpf! Jeden Tag immer. 15, 16, 18 Runden. Ja, und halt, ey. Das ist super gut. Schöne rechts. Genau. Nur so fliegst du ihn, sonst geht's nicht anders. Ich hab viel spezielle Konditionen gemacht in der Vorbereitung. Viel speziell gearbeitet und das merkt man. Ich fühl mich stabiler und bin top vorbereitet. bin ich auch los. Und ab, ja! Hopp, 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 hopp. Gut, schon mal. Sonst sind wir jetzt in der Phase, dass du mir zwischen 8 und 12pause machst. Ich freu mich riesig auf den Rückgang. Dann noch mal eine Chance und diesmal werde ich es auch wahrnehmen. Natürlich freut man sich. Man reißt sich hier drei Monate den Arsch auf und ist dann natürlich auch heiß, wenn es nicht so weit ist. Nichts geht über so einen richtig schönen Chili-Kongan. So richtig schöne Schafen. Training, Essen, Schlafen. Training, Essen, Schlafen. Ein Wunsch. Ich wünsche mir, dass da eine riesige Stimmung ist. Viele Leute von mir da sind und mich unterstützen. Und dass wenn ich Weltmeister werde, dass ich Jürgen eine Bierdusche geben darf.